überwieweit das merkst du denn schon aber ich bin jetzt mit der normalen schaufel gehe ich runter, dann tue ich die pickups aus aber was aber was? ich will jetzt erstmal finden wir da hinten irgendwo, gammelst so rum ah! gott, was ist das? dong vielleicht hätte ich noch ein paar kranken machen sollen, warte mal, ich geh mal noch mal schnell zurück dass wir da unten was sehen ich komm hier nicht weiter dong dong das ist zu hart hier, was ist denn hier alles? gut, dass unser haus schon von 3 km entferne leuchtet und die zombies einsetzen, komm rein das ist das dong hier ich hab nur Clay die ganze Zeit wie komm ich eigentlich raus, sag ich mich dann stimmt, hätt ich so stufenmäßig bauen sollen, oder? mhm, wäre sinnvoll gewesen, dann wärst du aber nicht du hm verdammt Hilfe, will man sein du machst das schon, ich baue erstmal ein bisschen Licht und dann pass nur schön wie du das machst bist du, hast du jetzt senkrecht nach unten gegraben, oder was? öh, ja du hast nie Minecraft gespielt, das merkt man ich hab das Spiel das erste Mal so spiel das merkt man auch öh, hi warum bist du lachst oh nein, nein dann macht er die Fackeln einzeln ist der denn bescheuert? jetzt hab ich mein Inventar voll mit Fackeln mit Fackeln voll gefackelt komm ich auf die andere raus hier auf Iron Ohr hab ich ui wow du lauf rein ja, ich überleg mal nach, ob ich hochkomme erst mal boll jetzt erst mal ab ich stell mal hier eine Fackel hin, damit man uns offen findet erst mal Plan A verfolgen ich möchte da nicht runter springen erst mal Plan A dieses Spiel leise machen, dass du dich durch mit diesem mit diesem Geräusch hier komm komm es war eigentlich doch, oder? erst mal hier eins und das andere schon du hast auch mal runter gesprungen, oder was? nein, bist du verrückt? ich buddel den Weg nach unten Safety first wo wirst du neben mir, wo wirst du mich zu mir jetzt rettest du mich, ich bin doch dein Kumpel ach so ach so, ja warte mal dann lass ich das noch zu, ja kann man da nochmal direkt raus setzen damit du nicht mehr raus kommst ey, ich hab Stein gefunden einen hab ich, ja schau, das ist das wichtige Material hier hab ich ja, noch ein Stein wow, ich hab zwei Steine ja, das kann man drauf setzen, ja Airdrops, yay wenn ich jetzt hier runter habe und hier noch ziehen kann hoppala schick mal Aufzug klar doch mal Aufzug aus den Heusenden ja genau aber ich hab jetzt schon 5 Steine, schau also ich ich meine, ob ich jetzt sterbe oder nicht ich hab den Auftrag erledigt für den ich hier bin hm 5 Reichen aber nicht für ein ganzes Haus also da muss noch ein bisschen was gehen ja, ich vergrabe dich ja immer wieder was hast du da für einen Weg aus unfassbar juh, hab's geschafft ich bin halt der Mann fürs Grube und du baust die Details hier rein mhm geil, oder? mhm das hab ich für dich als Hochzeitsgeschenk die Höhle oh Gott, Hochzeitsgeschenk du wirst mich echt früh tot sehen mhm du musst irgendwo, irgendwo hausen mhm du behalte bist du nicht hier ja so ich hab elf Steine jetzt reicht das für ein Haus? ja, ganz bestimmt okay für deine Blockfilter reicht das schon mhm ich werd mich eigentlich da drin noch bewegen können so ein bisschen ja komm gleich mach dich einfach können wir dann gleich hier unser Haus durch anfangen oder eigentlich nicht wirst so die Bäuche zu nochmal so ich kann mich wieder rausbauen das ist nicht das Thema ja ich nicht ups ich hab die Wackelfackel die Wackelfackel wackelfackel oh mein Gott ich bin kaputt hast du mich kaputt gemacht? ja mit meiner Pickaxe und dem Stein ich war ganz tief unabhängig kaputt gemacht mhm dieses Geräusch du musst mit der Pickaxe draufhauen nicht mit der Schaufel hör doch was ich in der Hand hab blindi ich bin so was soll der Ursch hier nein Tasche voll was soll das? die Tasche voll ich darfst du nicht mehr alles ge- ach weh deinen Fackel oder? mhm das Ding ist glaub ich Ohr äh erz hier Eisenerz ja genau deswegen ist es so hart kann man auch ganz das Haus aus Eisen bauen oder nur Steine? mhm ich glaub du kannst nur aus Stein bauen mhm weiß es aber nicht musst du mal gucken aber kannst du mir nicht vorstellen so jetzt ist jetzt unser Wohnzimmer hier kann man denn so grad bauen das wirklich eine Hausbanken oder was? klar und das bliecht nicht ein oder wie? warum sollte das einbrechen? keine Ahnung geothermische Aktivitäten klar wenn du natürlich oben drüber läufst dann könnte es einbrechen das stimmt natürlich ich will nicht ah du hast das Spaziergehverbot kein Problem wenn ich hier meine Höhle habe in der Hölle wenn ich eine Höhle habe in der Hölle dann passt das also komm komm ich weiß gar nicht wo ist denn den Boden wo ist wann wiz Das sieht alles gerade gleich aus. Was geht? Hast du so hellgestalt oder was? Ne, ich hab die Facken hingestellt. Und so? Ich bin gehangen, besser gesagt. Dass man halt überhaupt was sieht. Die Steppen noch im Stein sind die gar nicht zu facken. Okay, ich hab hier voll verlaufen. Also ich hab jetzt 25 Steine. Voll ließ gekloppeln. Ich hab 14 Steine erst. Ja gut, ich klopp ja noch ein bisschen länger und klopp seid nicht richtig. Ich komm einfach drauf los, so Brainer, ich hab ja klopp. Also wie immer. Mhm. Ist das toll, ja? Jeder macht das, was er kann. Ja, also ich drück gleich einen Link im Auge und ich heiz die Gerüte zumindest. Mach's auch. Ja, dann können wir das ja zumindest so. Ja. Ich weiß nicht mal an. Und willst du jetzt das Haus da behalten oder willst du hier, wenn wir schon hier bauen, ein neues Wanne werden? Wenn wir schon so weit sind. Keine Ahnung, möchtest du ein Unter-, 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 Erde-, Haus? Unter-, Erde-, Unter-, Erdisches Haus? Du meinst ein ausügliches Haus? Ja, danke. Ja, sowas hab ich mir zusammengereimt, ja. Möchtest du denn unter der Erde wohnen, ja? Ja. Wär cool eigentlich, ja? Hast du auch gerade so cool gesagt. Schön tief runter vor allem. Ja, ja, je tiefer, desto besser. Ach, du bist das. Wollte schon sagen, da kommt ein Zombie an. Nee, ich hab grad Aussage gehalten. Einer ist da hinten. Der springt! Der ist hochgeklettert in den Baum mit, what the fuck? Was ist denn das für Kletteraffe? Du musst du ganz bei uns immer schon wieder schauen. Was ist denn, wie ein Lauf nebenbei? Natürlich. Du musst du ganz bei uns schon wieder den Baum hochkrapp kraxeln. Der fuck. Von, äh, von, von der Tür steht auch einer. Direkt vor der Haustür, oder was? Hm, ja, nee, nicht direkt vor der Tür, aber auf der Straße vor der Tür. Da unter kraxel, da. Offe, offe! Ach, das steht da oben auch noch nicht. Das Geräusch, ne? Geh dong, ich hab da extra leise gemacht. Geh noch 50 Prozent runter. Das dreht ja so hier. Dong. So hab ich dir auf die Schiele schlagen. Daumen. Gähn. Arbeite mal lieber weiter, hier du faules Stück. Schon wieder muss ich alles alleine machen. Ne, ne, geh mal ganz zurück. Soll ich so tiefer gehen eigentlich? Klar. Je tiefer umso besser. Nicht Pickup Torch, wo ist denn? Wo hat er jetzt die Torch genommen? Wo war die denn in der Wand, oder was? Irgendwo in der Wand, trau die einfach irgendwo rein. Ich hab die nur noch reingepackt, damit ich den Slot frei bekomme. So. 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 Kann man den Torch zuschlagen? So. 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 Zu. So. the- quite- Aber es gibt bestimmt noch eine Menge, was wir noch nicht wissen, was man so machen kann. Es hat schon doch recht komplex alles. Ich find's gut, gefällt mir. Like oder was? Natürlich! So, warte geht's hier. Ding! Dong! Ding! Häftige. Gibt's irgendeine Endung? Was haben wir, glaube ich, im Server angeschickt? Äh, ja, dieses Bedstone müsste kommen irgendwann. Härt man es dann das Bereich oder anders, oder? Du siehst es auch. Normalerweise ist das eine andere Sorte von Stein. Bedrock oder so, keine Ahnung, wie das hier heißt. Irgendwann kannst du nicht aufbauen können? Nee, nee. Oh. Da kommen wir jetzt auch wieder nicht raus. Dachte ich denn Treppe geboren, aber es war... naja, gut, wir gehen jetzt weiter. Ja, stimmt. Ich hab glaube ich noch einen in der Tasche. Nee, ich hatte eine Schaufel. Crossbow, okay. Nee, hab ich keine mehr. Stimmt. Aber schade für alles mitgenommene Dinge. Kann mir dann eine geben. Einen runterwerfen. Darunter komm zu mir. Ich komm jetzt schon nicht mehr raus, Kiloa. Also gleich, äh, ist, jetzt ist schon gleich. Ach, da. Da freust du dich. Hahaha. Okay, 7 days to die, jetzt sind wir bei, beim achten Tag. Ich bin schon oft gestorben. Ich bin schon 33 Mal gestorben hier. Okay. So Kinder, ich bin mein AFK. Schau später wieder rein. Bis dahin. Alles klar. Aroradast. Bis später. Also ich hab hier noch eine Steinmission. 41 Steine. Mhm. Ach du Scheiße, wenn ich hochscheiße, sehe ich auch die Welt noch so. Was, du siehst die Welt, wenn du nach oben schaffst. Jaja, so links, rechts. So, äh, rauspackt. Wie macht sie so komisch raus. Noch ein paar Fackeln los, wenn ihr. Ich würde den Pickaxe mal reparieren. Wie kann man denn so was reparieren? Wir stellen uns immer neue her. Also jetzt stehe ich hier ohne Pickaxe und komm nicht weiter. Hahaha. Hast du denn eine Familie? Hast du sie noch? Nee. Hast du sie weggeschmissen oder was? Nein, nein. Die despawn hier. Die kaputt ist. Die ist ja nicht wie weit lang. Die despawn einfach. Ist ja kaputt. Ist ja kaputt. Hm, warte mal. Ich hab jetzt ein Iron Ore. 10 Iron Ore. 42 normale Steine. Gravel hab ich auch. Dach, Dach, Dach. Das ist genau das Wort. Ich hab's ja kaum gesehen. Aber ich muss ja so ne, so ne Art Quest und Situation hier schaffen. GANZ Crafting Menü ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Recycling oder was? Ah! Break and Item Repair Weapon. Schau mal an. Wie? Was? Wo? Ganz oben. Ach so. Scrap and Repair. Repair Weapon. Ja gut, jetzt bin ich ja aber jetzt hab ich sie schon nicht mehr da. Scheiße. Ach, hier kann man noch brechen. Das ist die Volkale oder was? Gut, dass wir das jetzt wissen. Cool, dann kann ich ja auch die Arme separieren oder wie? Und das macht man dann wie? Tut sie rein und dann? Ja. Repair Weapon. Also ich kann die Axt, äh, die Pig-Axt kann ich jetzt nur zu Scrap Iron verarbeiten, aber muss ja auch irgendwie, wenn ich das da reinlege. Repair Weapon. Und dann? Okay, ne. Die sollte ich mal suchen. Ja, das mein ich ja, so ne Art künstliche Quest. Du hast, äh, Schapen hier. Das Ding hat der Kerl, ich lass mir das eigene machen. Repair Items Stick. Oh Gott, wo bist du? Haha, wo bist du denn? Boah, mein Gott, bist du bescheuert. Ich spring da nicht runter. Ich bisch mir doch alles. Ich hab's. Du einfachst zu deinem Crossbinder Sticks hier. Ich will sogar nicht hier drüber hältst, was du brauchst zum reparieren. Repair Items Stick. Ja genau, jetzt sagt es auch gerade Serious Wolf. Ja. Du kannst den Bogen mit den Sticks. Ja, ich klatsche. Du kannst ihn reparieren. Metal Strips, okay. Und 171 habe ich jetzt reingelegt. Schau mal, wie viel er braucht, um den Bogen zu reparieren. Wie bekommt man diese Metal Strips da? Hätt 21 Sticks verbraucht, um den Bogen wieder ganz zu machen. Okay. Was brauchst du normal zum Bogen herstellen? Ein Paar und Gras. Das ist schon teuer. Wow. Genau. Metal Strips. Das ist schon teuer. Nur Strips. Metal Strips. Hier. Short Iron Pipe. Ach, da haben wir ja welche. Da haben wir welche zu Hause. Short Iron Pipe. Ich bring mal alles nach Hause. Forged Iron. Und, äh, Schau mal nach diesen Metal Strips. Ich glaube, da haben wir super viel rumliegen von. Schwerf mir doch mal eine Achse runter. Wie geht das nicht? Hm, ja, schon mal. Hilfe. Kunde, ich guck gerade. Forged Iron geht dann aus, wie das Ironing geht. Okay, natürlich. Forged Iron, dann das eine machen. Das andere, oh Gott. Vier, fünf Dinge. Dann mach ich mir doch gleich eine neue. Also Weapon Repair Kits. Ah, okay. So, wo bist du? In dem Loch dahinten? Ach Gott. Hi. Ähm, ich versuch dir das mal. Oh, bitte nicht runterfallen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hab was runtergeworfen, glaube ich. Ich liebe schon irgendwo dazwischen. Musst du mal runterbuddeln, dann. Ich hab's auf jeden Fall hingeschmissen. Buddel mal einfach die Decke weg. Ah, da oben hängt's. Warte mal. Das ging nicht. Muss ich jetzt echt zu dir runterkommen? Nee, nee, da kommst du nicht noch hoch. Also, sehr gut. Kommst du denn noch mal hoch? Wie denn? Hast du nicht ins Seil, wo du mich da runterziehen kannst? Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Einmal mit nem Profi. Mitdenken, Gags. Mitdenken. Mö. Du hast gesagt, Gags getiefert. Das wär ich gerne. Das hab ich auch gemacht. Und dann schaltet direkt das Hirn aus. Das hat man gesehen, ja? Natürlich. Und zwar nicht da. Unfassbar. Ich geh in der Krise. Der Schautel. Ich geh in der Krise. Der Schautel. Das dauert nicht. Und wenn ich mit der Armdust schieße, dann geht's viel schneller. Junge, Junge. Du kostest mich nerven hier. Geil, oder? Ja, aber schau mal. Das ist doch perfekt. Während du hier buddelst und mich zu holen kriegst, dann kriegst du noch mehr Steine. Das ist doch vielleicht zwei Dinge in einem auf einmal. So. Ne? Super. Ja. Ich find das toll. Ich bekle mich mit dem Messer. Aber was machen wir? Mit dem Messer? Ja, mit dem Messer schon. Ha. Oh Mann. Oh Mann. Ne. Geht nur mit der Pickaxe. Hauptsächlich. Klar, ist logisch. Aber. Ich muss ja irgendwas machen. Mit Spaten vielleicht. Lass geraten, gerade mit Spaten. Schau. Ist doch fast noch. Ja. Himmel hilf. Wie tief bist du raus? Ich hab's noch ein Stück tiefer geschafft. Ey, was ist das? Ah. Das kommt aber raus. Du sagst, es geht so tief. Also zumindest im Spiel. Ich geh jetzt mal auf da unten zu graben. Oder grad wenigstens waagerecht. Was machst du denn da? Ich versuche einen Weg nach unten zu finden, ohne zu sterben. Das kommt so tief. Spring doch in meine Arme. Ich fang dich auf. Danke, ich passe. Hahahaha. 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 Ich hab hier unten den Chips. Hahahaha. Ich fang dich jetzt. Hahahaha. 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 Es muss weg. Ich will nicht mehr. Hahahaha. Ich finde dein Retterhandsding ist echt lobswert. Aua! Wie müsst ihr den Kopf werfen? Hallo? Vor allem Retterhands. Ich schaue hier oft aus. Ja gut, ich habe... Ich habe Assassin's Creed mit sie auch. Die ist ja aus Krupp-Steil. Ja, bis hier bin ich. Ja, die brauchst du hier auch. Oh mein Gott. Was dürfen wir für Steine unterfallen hier? Hilfe, schade du. Oh mein Gott. Hilfe, rette mich. Ich habe deine Chips gegen welche aus. Ich verhungere. Da ist ein Problem. Aber du bist ja immer nach uns. Ey, das ist doch nicht wahr. Wie tief bist du? Die Pick-Ax, die ich hier hergestellt habe, ist gleich schon kaputt. Hä? Ja. Ja. Cool. Du bist ja gelobt, oder? Ich sehe dich schon nicht mehr, was machst du? Oh mein Gott. Ich bin noch 17,6 Stunden immun gegen Infektion. Hast du noch kein Holz mit, um dich hochzubauen? Ähm, nein, ich habe alles da gelassen in der Kiste. Bereiche mir doch mal die Hand. Oha. Ich habe Steine im Kopf. Das ist egal, was du hier durch die Sicht hier. Ich betrachte die Radiesse von unten. Ja, bist du auch gleich. Wenn ich hier mit dir fertig bin. Wenn ich mit dir fertig bin. Aha. Eigentlich müsste ich der Prinze, der sie rettet, aber sie ist die Prinzessin, die den Hofner. Den den Noob rettet. Ja. Den Hofner. Weil meistens verliebt sich ja die Prinzessin doch in den Hofner, weil er doch toller ist. Naja. Überleg ich mir das Ganze, glaube ich, nochmal. Ja. Umsonst machst du das ja nicht, ne? So. Ah, du bist ja gleich da. Ja, mach mal schneller hier. Was soll das jetzt? Ja, ich mache mal eine Runde. Ich glaube es nicht. Ach Gott. Was habe ich mir da angehalten? Du warst angelacht. Nein, angehalten. Jetzt aber. Noch einmal. Komm schon. Drück. Hack. 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 Nein. Das geht doch nicht, oder? Hack me, oder was? Mhm. Komm es runter, dann können wir es hacken wieder. Ich hack dir gleich erstmal auf den Kopf, auf den holen. Ja, dann mach ich mir das Auge hin. Jawoll. Yes. Komm her. Vielen Dank. Boah, schau mal, ein Auge von dir aus draußen. Öh, du schaust, was hast du gemacht hier? Gott, wie das ausschaut hier. Lass mich in Ruhe. Du schielst. Du schielst auch gleich. Deswegen wäre ich so schief hier. Ich habe gerade gegraben, schau. Ja, da. Ich schmeiße eins hin. Da. Such's. Über dir. Über dir an deinem Kopf. Über dir. Kann ich jetzt weiter und tiefer graben weitermachen? Oh mein Gott. Ich komm dir nicht mehr helfen. So, hast du jetzt davon. Ich häng dir da noch was hin. Hier. Da. Und dann viel Spaß. Wollen wir eigentlich hier noch tiefer machen? Was ist denn hier voll das Labyrinth? Ich bin da so nicht mehr raus. Die retten mich. Und auf dem Weg fahrt die Labyrinth da hin. Die Psyche-Tante. Ja, ich bin hier. Ich mach mir alles zu von oben. Nein! Was ist denn? Geh doch mal ins Haus. Da ist es sicher. Von dir ist nicht sicher. Ja. Ja. Komm mal Kaffeebohnen sind gewachsen. Ach alles gewachsen? Ach stimmt. Ich wollte mal ein Tier machen. Jetzt haben wir ja schnell ein paar Soblätter. Ich mach mal D. 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 Mensch. Vielen herzlichen Dank. Also. Ich hätte es nicht ohne dich geschafft. Echt süß. Echt süß. Echt süß, dass du mich gerettet hast. Nee, wieder. Nee, wieder. I really, really appreciate it. Genau. Ich glaube wir haben schon wieder Zombie im Haus oder so. Echt? Da stöhnt wieder was ganz. Und in mir drum. Unten an der Küche bestimmt wieder. Ich sehe vor lauter Helligkeit die gelben Pflanzen gar nicht mehr.